Müssen wir uns auf Zypern Sorgen machen über eine mögliche Kriegsgefahr? Wie stehe ich eigentlich zum Thema Nordzypern? Das sind ganz viele Fragen, die uns gestellt worden sind auf unserem Kommentar und die versuche ich in diesem Video mal zu beantworten. Und damit herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich bin der Marc, ich bin zusammen mit meiner Frau Melissa und unseren beiden Kindern vor einem Jahr hier nach Zypern ausgewandert. Wir leben jetzt hier ein Jahr und durften schon ganz viel Erfahrung hier auf Zypern sammeln und ich versuche mit euch so ein bisschen die Eindrücke zu teilen. So, also das für diejenigen, die vielleicht neu auf dem Kanal sind und demnächst ein Abonter lassen wollen. Ja, erste Frage, die da gekommen ist und das ist so eine Reaktion auf ein Video, wo wir uns zweimal eine Schraube eingefahren haben und wir hatten einen mobilen Tire Service, der hat unser Rad ausgebaut, hat das gepflegt und wieder angebaut, hat den Luftdruck von allen Rädern noch überprüft, inklusive Reserverad und wollte dafür 20 Euro haben. Ich fand das so günstig, weil er vor allem sehr schnell da war, dass ich dem nochmal 20 Euro Trinkgeld gegeben habe und Heinz hat geschrieben, dass er das zuerst ganz gut fand, aber sich dann überlegt hat, dass es eventuell die Preise, wenn wir da so wohlwollend sind, in die Höhe treiben könnte. Und das heißt vielleicht, ja, die Deutschen, die haben es aber, von denen nehmen wir es demnächst direkt, auch beim Obst und Gemüse. So, ja, halte ich für relativ unrealistisch. Also ich glaube, da sind wir so ein bisschen in einer Bubble gefangen. So viele Deutsche sind wir hier allerdings gar nicht auf der Insel. Also genaue Zahlen habe ich nicht, aber es sind tatsächlich nicht viele Deutsche. Die meisten kommen aus anderen Ländern, sehr viele Briten hier. Klar, es ist eine ehemalige britische Kolonie, aber auch sehr viele Russen, Ukrainer, Chinesen, Südafrikaner und, und, und. Also es ist sogar Brasilianer schon gehabt hier, sehr nette Menschen. Die kommen überall her und ich bin mir nicht sicher, ob die alle jetzt Trinkgeld geben oder sowas. Und ich fand es in dem Moment fair und ich würde es auch normal machen, wenn ich finde, dass die Leute einen guten Service machen. Ich fühle mich da auch nicht bei abgezockt. Ja, was das Thema abgezockt angeht, auch nochmal ein kleines Story. Wir sind letztes Wochenende unterwegs gewesen im Gebirge, im Trodus. Übrigens wirklich aufpassen, da von den Berghängen, da rauschen mal so ein paar Steine runter und so und bleiben auf der Straße liegen. Ich habe mir den Reifen wieder aufgeschlitzt beim Auto. Jetzt zum dritten Mal dann Platten gehabt. Bin zu einem anderen Tire Service gefahren, weil er bei uns in der Nähe der Schule ist. Und war am Montag, die haben mir in 20 Minuten den Reifen geflickt, haben den wieder in Ordnung gemacht und wollten gar nichts haben. Die haben gesagt, nee, it's Monday, everything is fine. So, und das fand ich schon wieder so krass. Ich meine, am Ende ist es auch geschäftig, klar. Ich fahre da auch wahrscheinlich wieder hin und werde mir auch ein Rad mal oder einen Reifen kaufen bei denen. Habe ich auch schon getan. Ja, ich habe dem Mechaniker fünf Euro Trinkgeld in die Hand gedrückt. Also, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir da die Preise kaputt machen. Das andere ist, bei Obst und Gemüse gebe ich kein Trinkgeld. Also, da bezahle ich das, was da ansteht. Ja, dann hier Gallo111. Viel Glück mit eurem netten Haus. Gina und ich kommen auch heute aus Zypern zurück, haben ein Haus in Chloraka gemietet. Ab 15. November wandern dann aus. Würden gerne einen Stammtisch mit netten Leuten gründen. Habt ihr oder sonst wäre Interesse? Keine finanziellen Interessen, mehrere Ausrufungszeichen. Finde ich schon mal gut. Gut, was habt ihr vorher ausbezahlt? Ja, mega, auf jeden Fall. Also, wenn du da einen Stammtisch startest, das hatte ich auch schon geschrieben, dann werde ich das auch hier gerne an dem Kanal verkünden, wenn wir da auf dem Parfus vielleicht einen Stammtisch machen können mit netten Leuten. Sehr gerne. Finde ich wirklich klasse. Ja, was habt ihr vorher ausbezahlt? Beim damaligen Haus hatte ich es verraten, glaube ich, waren es 2000 Euro und dann nochmal 170 Euro Garten, Maintenance, Pool-Service und so weiter. Hier beim Haus weiß ich noch nicht, ob ich das so verraten will. Ich will ja auch nicht immer alles preisgeben. Sind aber in einem ähnlichen Bereich hier unterwegs. Ja, andere Frage von Heinz. Warum kauft ihr nicht ein Eigenheim, dann habt ihr Ruhe? Ja, gute Frage. Haben wir uns auch wirklich sehr stark mit beschäftigt. Wir haben uns sehr viele Häuser angeschaut und waren auch so drauf und dran am Hin- und Herüberlegen. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich, wir haben kein Geld. Nein, also wir haben das Geld schon, aber ich habe das Geld komplett oder komplett, ja, natürlich auch flüssig, aber den größten Teil habe ich investiert in ETFs und Aktien. Und ihr wisst alle, wie gerade ETF-Aktien stehen und so. Und ich bin eher der Langfristanleger. Ich möchte an dieses Geld gerade nicht drangehen. Das ist einmal so der Hauptgrund. Und das andere ist, ja, sparen jetzt so ein bisschen was an und dann würde ich mir das durchaus überlegen. Denkt da aber auch schon durchaus eher darüber nach, auch das im Sinne von so einer Investition zu machen. Also ich würde, ich könnte mir durchaus vorstellen, auch ein Haus dann zu vermieten oder eine Ferienimmobilie draus zu machen oder sowas. Das sind alles Dinge, da kalkuliere ich rum und überlege. Auf der anderen Seite muss ich auch nochmal sagen, ja, aus dem Haus rausgeflogen, klingt dramatisch, war es vielleicht im ersten Moment für uns auch. Auf der anderen Seite haben wir uns auch so ein bisschen darauf eingestellt. Also wir haben jetzt, wir sind nicht mit dieser deutschen Naivität drangegangen, dass wir hier einen Mietvertrag haben mit den Sicherheiten, die wir in Deutschland haben. Und wir haben das durchaus auch als Chance gesehen jetzt, woanders nochmal innerhalb von Parfus zu leben, einen anderen Eindruck zu bekommen. Wir sind ja jetzt hier wesentlich höher gelegen. Und ja, also ich finde das jetzt nicht so super dramatisch und die Hausjagd, die hat wirklich Spaß gemacht. Aber natürlich, also wir haben auch geflucht, rausgeschmissen werden, obwohl man weiß, dass es nicht so ist, kratzt natürlich auch so ein bisschen an dem Ego manchmal. Aber trotzdem, es wird immer alles halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oder nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ihr wisst, was ich meine, es ist ein Spruch da. Ja, genau. Dann hatten wir hier noch, ja, in dem Video von Einfarbigbunt, kein Gedanke, dass Erdogan einmarschieren könnte. Unter anderem steht Zypern auch auf seiner To-Do-Liste. Ja, also ich wusste nicht, dass er öffentlich eine To-Do-Liste hat oder so. Ja, ich sage da gleich nochmal was zu, denn so ein ähnlicher Kommentar ist auch schon mal gekommen. Da habe ich das mal so ein bisschen für mich runtergebrochen. Ganz interessant. Ja, hier, MH, passt alle auf euch auf, wir sind am Freitagnacht in unserem Haus im PGEA ausgeraubt worden. Die Kinder waren im Haus, während der Dieb unten eingestiegen ist. Die Polizei im PGEA meinte, dass sie der Situation nicht mehr Herr werden. Haben in diesem riesigen Gebiet nur zwei Polizisten pro Schicht und die sind in der Regel mit Autounfällen ausgelastet. Schreckliche Situation, sage ich euch. Ja, definitiv. Also wenn bei einem eingebrochen wird, immer wirklich furchtbar. Ich glaube auch, das lässt einen ja später auch nicht mehr so kalt. Also dann hat man immer das Gefühl, gleich schleicht wahrscheinlich einer ums Haus. Stelle ich mir jetzt so mal vor und ich glaube, das so zu verarbeiten, das ist schon ein Prozess. Schlimm ist es Menschen machen. Man muss auch sagen, das hat hier auf Zypern so nach Hören und Sagen, ich kenne keine Statistiken, aber das hat schon so ein bisschen zugenommen. Ich höre das hin und wieder schon mal mit den Einbrüchen im Haus. Man muss aber auch dazu sagen, dass das auch in Deutschland natürlich schon wirklich ganz schön viel ist, was so mit Einbrüchen angeht. Wir haben ja in der Nähe von Frankfurt gewohnt und auch bei uns in der Gegend ist häufiger mal eingebrochen worden. Und die Leute haben sich da sehr stark abgesichert. Deswegen würde ich sagen, ist natürlich alles jetzt sehr, wie sagt man, sehr subjektiv. Ja, aber das Gefühl von mir ist jetzt, dass es ähnlich ist wie in Deutschland. Aber genaue Zahlen gibt es noch nicht. Also die alten Zahlen sagen, dass Zypern sehr sicher ist. Das halte ich auch für realistisch, aber es ändert sich so ein bisschen. Ja, also Konstantin Kaiser. Zypern war ja coronatechnisch noch viel strenger als Deutschland. Selbst im Sommer gab es jetzt wieder Maskenpflicht, die erst vor ein paar Tagen aufgehoben wurde. Das sage ich als der größte Politikkritiker Deutschlands. Ja, stimmt. Ja, also gefühlt ist Zypern zeitweise ein bisschen strenger gewesen als Deutschland. Manchmal hatte ich das Gefühl, Deutschland ist strenger. Ich finde, unterm Strich geben sich die Länder da nicht so viel. Ich laufe auch nicht gerne mit einer Maske rum, aber für mich ist das alles nicht so ein Drama. Ich habe nicht die Zeit oder die Lust, mich darüber über Dinge aufzuregen, die ich jetzt so erstmal nicht ändern kann. Und ich finde diese ganze, muss ganz offen sagen, diese ganze Panik darüber auch nicht so, ja, weiß ich nicht. Ich versuche immer das Beste aus der Situation zu machen. Melissa auch. Es nutzt nichts, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht ändern kann. Da bin ich ein bisschen der Stoiker an der Stelle. Ja, hier Steuern und Immobilien auf Zypern zu dem Video mit dem Tobi zusammen. Habt ihr einen Link zu diesem Tobi? Nein, leider nicht. Der Tobi hat aktuell keinen YouTube-Kanal. Was nicht ist, kann nochmal werden. Wenn der mal einstarten sollte, dann erfahrt ihr natürlich auch zu einem Link zu diesem Tobi. Wir konnten jetzt bisher kein Video machen. Tobi hat sich gerade ja selber ein Haus gekauft, ein Airbnb, was er dann vermietet, ist da mitten im Prozess drin. Er hat da sehr viel zu tun. Aber ich hoffe mal natürlich, dass wir auch noch ein Video machen können dazu. Ja, hier Gerhard Regen. Wir haben in Nordzypern gekauft. Mieten ist doch gar nicht attraktiv. Hier im Norden gibt es Preise wie auf Mallorca vor 40 Jahren. Generell sind die Lebenshaltungskosten im Norden ein Drittel von denen im Süden. Und es ist nicht in der EU. Ja, dazu. Erstmal, ich habe nichts gegen die EU. Also für mich ist das jetzt kein Vorteil oder so. Ich glaube, dass alle Länder natürlich immer Vor- und Nachteile haben. Das muss man immer so für sich abwiegen. Aber ja, Deutschland war auch sehr teuer und ich habe 39 Jahre in Deutschland gelebt. Jetzt leben wir das erste Jahr hier auf Zypern in Parfus halt. Wir sind zufrieden hier. Natürlich, die Preise. Aber das ist nicht alles. Wir haben unsere Kinder in der Schule. Die Kinder sind da sehr, sehr zufrieden, sind sehr glücklich und so. Ich möchte das aktuell nicht ändern. Aber für diejenigen, die das machen wollen, kann das durchaus sinnvoll sein. Genau. Ja, ich will auch an der Stelle nochmal auf das Thema Nordzypern eingehen. Weil ja, auf dem Kanal habe ich auch gemerkt, da geht es so ein bisschen manchmal in der Diskussion hin und her. Und ich bin da auch gefragt worden, weil wir jetzt in einem Video, sind wir über die Grenze gegangen, über die Grenze bei Nicosia. Und so ein kurzer Abriss aus diesem Video. Wir hatten ja Ausweise der Kinder nicht dabei. Und dann hat man uns so ein bisschen grummelig angeguckt da, bei der Demarkationslinie und dann uns durchgewunken. Ja, wir waren dann nervös. Wir dachten, was ist jetzt, wenn wir zurückkommen, machen die da Stress oder sowas wegen der Ausweise der Kinder, weil wir die halt nicht dabei hatten. Ja, sagen die dann, ja, die müsst ihr aber holen oder sonst irgendwas. Und ja, das wurde dann so ein bisschen in dem Video ausgelegt, so ja, also von einer Person. Ja, das klingt so, als wenn wir irgendwie was gegen Nordzypern hätten und wir wären total vorurteilsbehaftet und so weiter. Ja, dazu würde ich mal was sagen. Nur mal als Beispiel, ja, wenn ich in Deutschland auf der Straße gefahren bin und mich hat die Polizei angehalten und ich habe alles, ich bin mir sicher, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin nicht zu schnell gefahren, ich habe mich nicht irgendwie wie eine Assi verhalten und an meinem Auto ist auch alles in Ordnung. Da geht mein Puls hoch. Da bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich habe nichts verbrochen, aber ich bin aufgeregter als sonst. Ja, und ich finde, das ist auch ganz normal. Und so war das in diesem Video. Das hat nichts mit dieser Situation zu tun. Und ich möchte das auch wirklich sagen, ja, ich habe da, das ist mir wichtig, ja, ich habe keine Lust auf irgendeinen Stress oder sowas. Irgendwelche Leute da irgendwas da hinein interpretieren, was nicht so ist, ja. Ich finde, wenn sich Menschen dafür entscheiden, dort zu leben, dann ist das doch cool. Ich freue mich für jeden Menschen, der irgendwo glücklich ist. Und ich habe wirklich absolut keinen Bock, etwas auf mich zu nehmen, was ich da nicht verursacht habe, für das ich nicht verantwortlich bin, was 50 Jahre her ist, ja, oder noch länger. Und vor allen Dingen, dessen Geschichte ich nicht vollkommen nachvollziehen kann. Ich glaube, das können hier Zyperer viel besser. Und ich glaube, wir sollten als Deutsche auch vorsichtig sein, zu meinen, wir würden die Situation da irgendwo gänzlich verstehen. Das tue ich nicht. Und deswegen maße ich mich dem auch nicht an. Nochmal, ich freue mich auch aus Kommentaren von Leuten, die in Nordzypern leben und die dort glücklich sind. Ich freue mich für Menschen, die dort glücklich sind. Ich freue mich für Menschen, die auf Südzypern glücklich sind. Und wäre das nicht schön, wenn wir uns nicht gegenseitig anstressen wegen irgendwas oder auch nicht anfangen, in allem Gesagten und Passierten immer was Negatives rein zu interpretieren. Unseren Kanal, den wir hier machen, den machen wir aus freien Stücken. Wir wollen Menschen Informationen zur Verfügung stellen. Und ich versuche, zu allen Menschen respektvoll und nett zu sein. Und ich möchte damit das Thema auch abschließen und da auch nicht viel weiter darauf eingehen. Also, lass uns zusammenhalten, lass uns nett sein und lass uns da nicht rumstressen und macht auch andere nicht an dafür. Jeder soll für mich entscheiden, wie, wo und wie zufrieden er irgendwo leben kann und soll. Schön, wenn wir alle freien Menschen sind. So, ja, hier, I am ich, Zypern-Probleme, Verkehr, Müll, okay, wir kommen. Mein Thema wäre eher die langen Hitzeperioden, sprich Klimawandel, medizinische Versorgungsqualität, behördliche Willkür und Korruption. Ja, das war auf meinem Zypern-Video, wo ich auf dem Surfbrett ein bisschen was erzählt habe. Ein paar Kommentare dazu. Ja, Hitzeperioden, Klimawandel. Ich habe mal so ein bisschen versucht, Informationen zu kriegen. Es ist sehr schwierig, aber auch beim Klimawandel, das wissen wir alle, selbst die Experten, sind sich da nicht hundertprozentig einig, wie stark die Auswirkungen in welcher Region sind. Es sind so viele Effekte, die da zusammenkommen, dass sich das immer sehr schwer beurteilen lässt, dass ein Klimawandel stattfindet. Ich denke mal, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das ist zumindest mal bei den meisten Experten die einheitliche Meinung. Manche verwehren sich dagegen gut. Ich denke schon, dass wir natürlich mit Klimawandel uns etwas stärker herumschlagen müssen und dass diese Dinge nicht einfacher werden. In Deutschland sind die Böden sehr, sehr trocken geworden. Hier auf Zypern haben wir da, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt. Es hat den letzten Winter sehr stark geregnet. Und ich glaube, dass wir hier auf Zypern durchaus einige Vorteile haben. Also selbst das Wetter, wenn ich mir das hier mal anschaue, in diesem Jahr war es super stabil. 30 Grad, ich würde mal sagen plus, minus 2, 3 Grad vielleicht. Hier, Wetter-App. Moment, jetzt noch scharf stellen, Kamera. Genau, da seht ihr, das Wetter ist sehr, sehr stabil. Jetzt im September, wir hatten jetzt nicht irgendwie groß über 30 Grad gehabt, sehr kalkulierbar. Und dann haben wir, ich glaube, große Vorteile, wir haben ja den Olympus, den größten Berg hier auf Zypern, der ist über 1900 Meter hoch. Und so, was ich jetzt mitbekommen habe, hängen sich da auch mal ruhig Regenwolken, die reißen da auf, regnen dort dann ab, laufen dann runter in die Stauseen. Wir haben recht viele Stauseen hier auf Zypern, die sind sehr voll gewesen dann über den Winter und die versorgen dann hier die verschiedenen Städte. Und wir sind jetzt nicht dazu aufgerufen worden, Wasser zu sparen. Hier wird auch sehr viel bewässert. Sehr viel, ich finde, für die Hitze ist hier noch recht viel Grün auf Zypern, gerade in der Gegend um Parfos. Und das sieht meiner Erfahrung nach gerade gut aus und hat natürlich mit der Sonne auch einen Vorteil, dass sich sehr schnell Solarzellen oder Photovoltaik auf dem Dach rechnet. Und wir hoffen hier auf dem Haus übrigens auch Ende des Jahres Photovoltaik zu bekommen. Wäre richtig cool, weil dann könnten wir schon einen großen Teil des Stromes selber entnehmen und müssen den teuren Strom nicht bezahlen. Medizinische Versorgungsqualität ist grundsätzlich ziemlich gut hier auf Zypern. Ich muss sagen, ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Ich finde, die Ärzte sind sehr gut ausgebildet zum Teil, auch in Griechenland viele studiert. Manche sogar in Deutschland studiert, findet man immer wieder, die allgemeinen Krankenhäuser sind nicht so der Hit. Die sahen nicht wirklich toll aus, da möchte ich nicht unbedingt rein. Die privaten Krankenhäuser sind durchaus besser. Das Gesundheitssystem hier auf Zypern nennt sich GESY, also G-E-S-Y, ist meiner Meinung nach dem deutschen System meilenweit überlegen, ist komplett digitalisiert. Ganz tolles Ding. Behördliche Willkür, Korruption, schwer für mich zu sagen. Also behördliche Willkür habe ich nicht erfahren. Auch mit Korruption habe ich nicht so viel mitbekommen. Kann ich weder ausschließen noch vollkommen sagen. Also vielleicht weiß das jemand von euch, kann es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann von Patrick M. Kommentar, chaotische Fahrweise sind Leute, die noch nie außerhalb Deutschlands waren. In Asien würden solche Leute einen Herzinfarkt bekommen. Also ich hatte einen Kommentar mal bekommen, so dass, ja, hier oder auch gehört, dass so Leute sich so ein bisschen darüber besperrt haben, wie man hier Auto fährt. Ich finde es auch, ja, gar nicht so schlimm mehr. Also ich finde, dieser Umstieg, also der größte Umstieg ist von dem Rechtsverkehr auf den Linksverkehr. Da muss man sich halt ein bisschen so daran gewöhnen. Aber wenn man sich da mal daran gewöhnt hat, dann geht es. Also die Leute fahren hier wirklich nicht aggressiv. Die fahren alle so ein bisschen leger und manchmal ein bisschen zu leger. Viele gucken aufs Handy. Finde ich aber harmlos. Aber ja, in anderen Ländern, das kann ich absolut bestätigen. Ich war mal in Indien eine Zeit lang vom Unternehmen aus her. Wir hatten Fahrer da. Ich bin froh, dass wir da nicht fahren mussten. Das war schon wirklich derbe. Und ich glaube, mein Highlight war tatsächlich in der Türkei, in Istanbul. Da sind wir Taxi gefahren. Ich weiß nicht, der ist in der, da war 50 oder 30 erlaubt. Der ist damit weit über 100 kmh durchgeballert. Der wusste genau, wo die ganzen Blitzer sind. Er hat ja eine Vollbremsung vor den Blitzern gemacht. Der hat einen Ledersitz. Ich bin immer aus diesem Sitz rausgeflogen. Ja, das war Leben am Limit. Das ist schon eine andere Fahrweise da. Ja, wobei ich glaube, in anderen Teilen der Türkei ist es dann auch nicht so wild. Finde ich aber auch ganz okay. Man gewöhnt sich da wirklich dran. Ja, hier auch ein geiler Kommentar. Henry F., Zyprioten im Süden sind arrogant. Ja, und alle Deutschen tragen Lederhosen. Das ist, kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, in jedem Land gibt es nette Menschen und zum Glück, meiner Meinung nach, überwiegen die. Und wir haben auch überall die klassischen 10% Idioten. Das ist meine Meinung. Ich bin, ich komme hier sehr gut klar. Patrick M., warum mietet oder kauft ihr nicht eine kleine Wohnung, um beim Non-Dom-Status keine Probleme zu kriegen? Fliegt bis Ende des Jahres oder ein paar Monate nach Indonesien, weil es jetzt ja so teuer ist und dann im Winter was Neuesuchen für langfristig ist. Müssen doch auch Schulferien jetzt sein. Ja, wir sind leider nicht ganz so flexibel. Aber ich muss sagen, ich finde die Einstellung mega geil. Also ich finde mit der Einstellung, das ist richtig so. So sollte man denken. Ich glaube, wenn man mal mit dem Auswandern so ein bisschen gebrochen hat und so, dann kann man durchaus flexibel sein. Ich finde, das ist wirklich, das hat durchaus Geschmack. Mal schauen, was das Leben noch so bietet. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt, so zu denken und sich solche Möglichkeiten auch offen zu halten. Muss man ja mal schauen, wie das mit den Kindern ist. Wir müssen denen halt auch Stabilität bieten und die Kinder sind uns sehr wichtig, dass die zufrieden sind. Aber wenn die das mitmachen und da Lust drauf haben, why not? Ja, hier GS. Es heißt Zyprioten. Großgeschrieben. Ja, ich vermisse die ganzen Ausrufungszeichen dahinter. Ich habe nachgeschaut. Das sieht die deutsche Botschaft und der Duden anders. Die schreiben Zypra. Früher hat man Zyprioten gesagt. Mittlerweile sagt man tatsächlich Zypra. Ja, weiß nicht. Sorry für diejenigen, die mir folgen. Ich mache mir da nicht immer in der Endstufe das totale Konzept dabei. Ich drücke mich bestimmt mal falsch aus. Vielleicht auch mal politisch nicht ganz sauber und korrekt und meine mal vielleicht ein bisschen was anderes oder so. Seht es mir nach, dass es durchaus auch mal Fehler gibt. Deswegen mache ich aber trotzdem weiter Videos. Mir wurscht. Ja, Vollgas. Ja, hier ein Kommentar von Max Fuhrmann. Hey, erst mal ein super sympathisches Video. Wir sind auch am Überlegen auszuwandern. Also habe ich auch ganz viel Lob von gekriegt. Freut mich immer riesig, wenn ich das von euch bekomme. Ja, es ist ja einfach, wenn man eine gute Community hat. Das ging an euch. Um nochmal auf den Unwetterpart zu kommen. Wie sieht es denn aus mit Erdbeben und größeren Unwettern? Beste Grüße aus Sachsen. Ja, Erdbeben. Also ich kann jetzt von den Erdbeben berichten, die wir so mitgekriegt haben. Es ist ja zum Glück auf Zypern nicht ganz so viel passiert mit Erdbeben. Und die kommen trotzdem durchaus häufiger mal vor. Mittlere, leichte Erdbeben. Wir hatten sogar ein etwas stärkeres. Melissa und ich, wir sind im Bett liegen geblieben und haben weiter geschlafen. In Nicosia haben wir in den Medien gelesen. Sind die Leute, haben die die Häuser verlassen. Wir sind da irgendwie ein bisschen entspannt gewesen. Ja, seitdem Zypern in der Europäischen Union Mitglied ist, müssen halt gewisse Normen und Standards eingehalten werden. Und die Häuser müssen für Erdbeben verstärkt gebaut werden. Also ich denke mal, da werden Sicherheitsfaktoren etwas stärker ausgelegt und auch Betonarmierungen verstärkt und sowas alles. Bisher, so was wir mitgekriegt haben, haben die Häuser nicht unter diesen Erdbeben hier gelitten. Und ist jetzt nichts, wo ich mir jetzt die Riesensorgen machen würde. Das hat man in Japan zum Beispiel, glaube ich, auch schon ein bisschen anders erlebt. Aber es macht durchaus mal Sinn, sich vielleicht auch ein bisschen einzulesen, wie verhält man sich beim Erdbeben, dass ihr vielleicht nicht so wie Melissa und ich im Bett liegen bleibt, sondern wenn es ein bisschen stärker wird, durchaus auch mal das Bett verlasst und aus dem Haus geht als Beispiel. Ja, Unwetter, das war in dem letzten Winter, hat es wie gesagt sehr, sehr viel geregnet. War auch sehr windig, da kam viel runter. Man sieht es ein bisschen auf den Straßen, ist es in Zypern nicht so für so große Regenmengen ausgelegt. Da bleibt der Regen durchaus mal ein bisschen auf der Straße liegen und bildet so eine Fläche. Das heißt, da vorsichtig Auto fahren. Ja, modernere Häuser sind zum Teil schon ein bisschen besser ausgelegt, was das Wasser angeht. Aber auch da macht es Sinn, bei den Häusern vielleicht ein bisschen darauf zu achten, wenn man sich was kaufen möchte, dass die vielleicht dem Wasser ein bisschen besser widerstehen können. Man sieht, die älteren Häuser sind da nicht ganz so gut für ausgelegt. Da kann man auch, wenn es regnet, so ein bisschen so die Setzrisse sehen im Haus, im Beton. Wo da was eindringt, das ist natürlich auch nicht ganz so schön. Aber ansonsten hat man uns versichert von den Zypern hier, dass schon wirklich wenig regnet eigentlich im Winter. Das war so ein Ausnahmewinter. Müssen wir mal gucken, wie sich das so verhält. Aber so ansonsten geht es eigentlich mit den Unwettern. Es gibt hier die sogenannten Medicanes im Winter. Also mediterrane Hurricanes, wie auch immer. Aber das ist eigentlich nicht so derbe wie bei uns. Ich würde jetzt mit dem Segelboot nicht rausfahren. So, ja. Beste Grüße aus Sachsen zum Schluss noch. Beste Grüße aus Barfuss. Zurück. Rainer Falke. Bin Rentner, würde gerne über den Winter kommen. Aber die Visa-Bestimmung? Nur ein Fragezeichen. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du Deutscher bist oder in der EU wohnst, dann hast du mit Visa-Bestimmungen ehrlich gesagt keine Probleme. Wenn du natürlich im Ausland wohnst, muss man schauen, wie die Visa-Bestimmungen sind. Und ansonsten, wir sind Teil der EU. Der Personalausweis reicht in der Regel, um hier einzuwandern. Das Einzige, was Zypern nicht ist, ist nicht im Schengen-Raum. Deswegen muss man den Ausweis mitnehmen. Aber ich glaube, der Antrag läuft über Schengen. So, weiß nicht, wo der steckt oder steht. Aber ansonsten problemlos. Und ja, hier, das war auch nochmal ein Kommentar, fand ich ganz interessant. Die negativste Seite von Zypern ist Leute. Dort gibt es große Kriegsgefahr, denn vor Zypern liegt so viel Gas in der Größenordnung. Deutschland könnte 40 Jahre damit klarkommen, dass zu befürchten ist, dass sich gewisse Nationen darüber bekriegen. Ja, ich bin immer ein Freund von Fakten. Also versuche da so ein bisschen Fakten zu schaffen. Habe da mal in verschiedenen Zeitungen, Nachrichten und so weiter recherchiert. Auch mal hier in den Zyprischen nachgeschaut und habe das mal ein bisschen zusammengetragen. Also aktuell geschätzte Vorkommen. Geschätzte Vorkommen, die können natürlich größer oder kleiner sein, sind diese Gasfelder. Aphrodite 130 Milliarden Kubikmeter, Kalypse 180 Milliarden, Glaukus 200 Milliarden und das macht in Summe 510 Milliarden Kubikmeter. So, 510 Milliarden Kubikmeter. Der deutsche Verbrauch war 2021 betrug 90,1 Milliarden Kubikmeter. Und teilt man das dann, also die 510 Milliarden Kubikmeter durch 90,1 Milliarden Kubikmeter, haben wir nicht 40 Jahre, sondern 5,6 Jahre. Wenn man sich mal anschaut, dass die EU etwa 400 Milliarden Kubikmeter verbraucht, dann haben wir ein bisschen mehr Gas hier auf Zypern liegen als ein Jahr. Also man sieht da dran vielleicht auch, das ist teilweise vielleicht gar nicht so viel, wie man ursprünglich denkt. Und ja, da muss man noch vorstellen, die Bois-Rechte dafür, die liegen dann bei Chevron. Das ist ja ein US-Konzern. Dann haben wir noch Shell, britisch-niederländisch, sowie auch einem israelischen Konzern New Med Energy. Ja, da sind auch verschiedene Länder involviert. Und ja, wie groß ist die Kriegsgefahr? Ich meine, man muss jetzt so ein bisschen auch das trennen, weil das habe ich auch in vielen Kommentaren mitgekriegt. Ja, wie ist das denn? Ja, Griechenland, Zypern und so weiter. Erstmal ganz wichtig hier zu sagen, Zypern ist nicht Griechenland. Zypern ist ein eigenständiges Land, steht für sich selbst. Es wird hier zwar griechisch gesprochen, aber es ist nicht Griechenland. Und ich halte, also ich würde das nochmal trennen, ja, Griechenland politisch und die Türkei haben vielleicht auch nochmal einen anderen Stand zueinander als unbedingt Zypern und die Türkei. Und das Thema ist super kompliziert. Ich selber glaube nicht, dass es unbedingt nur um Erdgas geht. Das ist auch geschichtlich sehr viel weitreichender alles. Ich habe mich mal angefangen einzulesen, aber auch da maße ich es mir nicht an, das endgültig beurteilen zu können, wie hoch das Risiko ist. Aber ich behaupte jetzt einfach mal oder vermute, dass es natürlich auch, was Wahlen nächstes Jahr in der Türkei angeht, einen gewissen Einfluss darüber gibt. Und natürlich muss man auch dem Volk so ein bisschen zeigen, dass man sich da für gewisse Sachen einsetzt. Ja, im Griechenland geht es da natürlich auch noch um Grenzen. Wo sind da Grenzen zu setzen und so. Also wie haben die, hat das Festland Grenzen, haben die Inseln ein Recht da drauf, die Seemeilengrenze zu verschieben und so weiter. Und ich glaube, es ist auch wichtig, immer beide Seiten zu verstehen. Klar, egal in welchem Land ich jetzt bin, würde ich natürlich auch mein Interesse bekunden wollen, dass ein Teil des Erdgases mir gehört, weil das natürlich auch finanziell durchaus wichtig ist und interessant ist. Und dass man da vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen strenger agiert, ja, meistens droht man ja ein bisschen mehr, um dann vielleicht auch ein bisschen was abzubekommen oder so. Also, ja, wie gesagt, ich möchte mich jetzt auch nicht auf irgendeine Seite schlagen oder da jetzt wieder für irgendwelche Interpretationsdinge sorgen oder sowas. Ich hoffe natürlich nicht, dass das irgendwo dazu führt, dass hier ein Konflikt oder sowas entsteht oder das irgendwie ausartet oder sowas. Und ich möchte auch irgendwie am Ende immer auf die Vernunft der Menschen hoffen und ich glaube auch, es gibt ja gewisse Kooperationen zwischen der Türkei, der EU und so weiter. Man ist ja wirtschaftlich ineinander verstrickt und ich glaube, eins wissen wir auch alle, am Krieg verlieren am Ende alle, ja, und das würde für niemanden, wäre das irgendwie nützlich und so. Und deswegen gehe ich jetzt für mich, für meinen Teil, für das Beste aus, vom Besten aus und wir werden das Land jetzt nicht verlassen deswegen oder sowas. Da sind wir weit von entfernt und, ja, wollen wir hoffen, dass die Leute sich da alle am Ende einigen und die Vernunft da obsiegt. Genau, ja, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das mit dem Q&A gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Kommentar für euch und schreibt mir gerne unten eure Fragen immer in die Kommentare rein. Ich werde immer mal wieder so ein Kommentarvideo machen und in dem Sinne wünsche ich euch nur das Beste und das war es mit diesem Video. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.